In diesem Video wollen wir uns mit den technischen Grundlagen von sogenannten Photovoltaik-Balkonkraftwerken beschäftigen. Was sind Photovoltaik-Balkonkraftwerke? Das sind Photovoltaikanlagen, eines nicht die klassischen Kraftwerke, die man auf Dächern hat, also größere Anlagen oder sogar Freiflächenanlagen, sondern dabei geht es um Anlagen, die man am Balkon montiert, also bestehend aus einem Photovoltaik-Modul oder zwei Photovoltaik-Modulen und die man, und das ist das Besondere, dann direkt in die Steckdose stecken kann, damit die dort im Stromnetz des Hauses oder der Wohnung direkt den Strom einspeisen, den man dann sofort eigenverbrauchen kann. Das ist mittlerweile zulässig und wir wollen uns jetzt in dem Video ein bisschen damit beschäftigen, wie die technischen Hintergründe sind, wie werden die verschaltet, was kann man an Stromproduktion erwarten von diesen Photovoltaik-Balkonkraftwerken und wie gut funktioniert es, seinen eigenen Strombedarf zu decken. Also, wie sieht das aus, das Grundkonstrukt oder die Grundidee, wir haben also unser Haus, dann machen wir hier so ein Häuschen, dann haben wir jetzt hier, machen wir an dem Dach mal einen Balkon und an diesem Balkon, machen wir das mal in grün, hier montieren wir dann Solarmodul, also hier kommt das Photovoltaik-Modul, wird dann montiert, das, was wir dann noch brauchen, ist ein Wechselrichter, das ist das Gerät, hier machen wir das Symbol, das hier ist der Wechselrichter. Dieser Wechselrichter ist dafür da, damit der Strom, den die Solarmodule produzieren, der Gleichstrom, wie man das aus einer Batterie kennt, umgewandelt wird in Netzstrom, das ist also den Wechselstrom, den wir im Stromnetz haben, 50 Hertz, das ist auch das, mit dem all unsere technischen Geräte funktionieren und der Wechselrichter ist dafür verantwortlich, dass er diesen Gleichstrom umwandelt in Wechselstrom, naja, dann kann man diesen Wechselrichter einstecken, mit einem Kabel, einfach in die Steckdose. Ganz einfach ist es auch nicht, also man muss ein paar Vorgaben beachten, aber grundsätzlich ist es so, dass man sogar mit einem Schokostecker mittlerweile den Wechselrichter direkt in die Steckdose stecken kann und dann kann man damit seine elektrischen Geräte mit Strom versorgen, also sei es jetzt die Waschmaschine oder, mache ich mal so einen Herd mit Backofen, also, so angedeutet, das sind die Geräte, die man dann damit versorgen kann, natürlich auch der Kühlschrank, den man hat, denn der Grundlast nennt man das, das heißt, der läuft eigentlich immer im Hintergrund mit, auch die ganzen elektrischen Geräte, die man nicht ausschaltet, der Fernseher, der in einem Stand-by-Betrieb ist, ein Fernsehreceiver zum Beispiel, das Smartphone, was geladen wird und diese elektrische Energie, die diese Geräte brauchen, die können wir dann selber erzeugen mit unserem Balkonkraftwerk, das ist so die Grundidee, die dahinter steckt. Jetzt darf diese Balkonkraftwerksanlage nicht beliebig groß sein, also wir dürfen jetzt nicht beliebig viele Module miteinander verschalten, auch der Wechselrichter ist in seiner Leistung begrenzt, und zwar dürfen wir maximal 600 Watt nach jetzigem Stand einspeisen, das heißt, der Wechselrichter darf maximal 600 Watt haben, wenn man sich da so einen Wasserkocher, wenn der jetzt im Wasser heiß macht, haben wir so einen Bereich von einem Kilowatt, also 1000 Watt Leistung, der Wechselrichter hat also dann nur 600 Watt, auf der anderen Seite die Solarmodule, die können etwas größer dimensioniert sein, das sind so dann in der Größenordnung vielleicht von 800 Watt, da kommt dann noch die Ergänzung zu WP, Watt Peak, das ist nämlich die Leistung, die Module haben unter Laborbedingungen, also optimalen Bedingungen, das entspricht einer Sonneneinstrahlungsstärke von 1000 Watt pro Quadratmeter, das ist schon Strahlung, die wir typischerweise nur im Sommer haben, wenn die Sonne wirklich mittags hoch steht, an einem klaren Sommertag, im Winter erreichen wir diese Leistung nicht, und das Modul hat eine Temperatur von 25 Grad Celsius, das hat sich also nicht erwärmt, auch das passiert im Sommer, denn Solarmodule, die sich erwärmen, verlieren an Wirkungsgrad, also können weniger elektrische Energie erzeugen, das ist einfach technisch bedingt, dass die Erwärmung eines Solarmoduls dazu führt, dass die Stromproduktionsmöglichkeiten, dass der Wirkungsgrad entsprechend sinkt. Was wir jetzt machen, ist, wir haben jetzt also keine Module, die 800 Watt haben, sondern typischerweise haben wir zwei Module, die wir zusammenschalten mit jeweils 400 Watt Peak Leistung, das ist das, was wir dann an den Balkon montieren können, typischerweise werden diese Module dann parallel verschaltet, das heißt, dass die Kabel so gelegt werden, dass sie parallel sind, wir den Strom vergrößern, die werden dann jeweils an den Wechselrichter angeschlossen und können dann den Strom in die Steckdose entsprechend einspeisen. Jetzt ist es so, dass diese Leistung, die wir hier auf der linken Seite sehen, diese 800 Watt, die kommen hier beim Wechselrichter nicht an, das liegt einfach daran, dass das Modul oder die Module am Balkon jetzt wirklich vertikal montiert sind, also im 90-Grad-Winkel, das ist natürlich nicht ideal, um das Sonnenlicht einzufallen, das heißt, wenn die Sonne hier oben steht, haben wir natürlich einen Winkel. Was man noch machen kann, ist, dass man diese Module vielleicht ein bisschen anschrägt, dass sie so einen Neigungswinkel von 60 Grad haben, aber das ist immer noch nicht perfekt, also typischerweise, um die maximale Stromproduktion, die maximale solare Einstrahlung einzufallen, hat man so in Mitteleuropa 20 bis 30 Grad Modulneigung, dann kann man wirklich über das Jahr die größte Menge an solare Energie gewinnen, das hat das Modul und das erreichen wir bei diesen Balkonkraftwerken nicht. Wir gucken uns gleich noch im Detail an, wie da die Stromproduktionskurve aussieht an einem typischen Sommer- und Wintertag und was das dann auch bedeutet für den Eigenverbrauch, denn das ist ja das Ziel, wir wollen ja, dass die Solarmodule so montiert sind und so eingesetzt werden, dass wir möglichst viel Strom eigenverbrauchen können, denn, und das ist das Besondere, der Strom von unserem Balkonkraftwerk darf nicht ins Netz eingespeist werden, das heißt, was jetzt hier noch fehlt auf der rechten Seite, wäre das Stromnetz und das ist nicht zulässig, wir haben ja dann hier noch unseren Stromzähler, ich mache den jetzt mal hier vorne hin, und dieser Stromzähler, wir haben hier die Verbindung zum Stromnetz und zum Haus und es ist so, dass jetzt der Strom nicht ins Netz fließen darf, also über den Zähler, das muss verhindert werden, da muss man dann gegebenenfalls auch prüfen, ob man einen noch so alten Zähler hat, der das zulassen würde, da muss man dann mit seinem Energieversorger sprechen, das klären, das ist nicht zulässig, dass der Strom aus unserem Balkonkraftwerk ins Stromnetz eingespeist wird. Ziel ist also, dass der Strom nicht eingespeist wird, sondern eigenverbraucht wird, das heißt, darauf wollen wir unsere Anlage optimieren, aber bei 600 Watt ist das tatsächlich kein großes Problem, wie wir gleich sehen werden, also im typischen Haushalt, man hat immer Geräte, die noch im Hintergrund laufen, da kann man tatsächlich mal auf die Suche gehen, ob man solche Geräte identifiziert, das ist der Kühlschrank, oder der Kompressor im Kühlschrank, in der Tiefkühltruhe vielleicht, oder ein Tiefkühlschrank, der dann immer wieder anspringt, und dann für 10 Minuten die Geräte runterkühlt, das sind dann vor allem die Standby-Geräte, also der Fernseher, der Laptop, die am Stromnetz hängen, und dann nicht ausgeschaltet sind, auch ein Drucker, der vielleicht nicht ausgeschaltet ist, sondern sich dann in so einen Schlafmodus versetzt, auch der braucht laufend immer noch ein bisschen Strom, selbst das Netzkabel vom Smartphone zum Laden, braucht immer eine minimale Menge an elektrische Energie, und das ist so die Idee, dass man mit diesen Balkonkraftwerken diesen Bedarf deckt, denn sonst kommt er auf dem Stromnetz, muss bezahlt werden, und bei Strompreisen im Bereich von 30 Cent pro Kilowattstunde und mehr, sind die Kosten, die man entsprechend sparen kann, und natürlich auch sparen möchte, und dazu dienen diese Balkonkraftwerke. Mal ganz mal so ein Beispiel machen, also was ist jetzt der typische Energieverbrauch in einem Haus, oder jetzt so drei oder vier Familien, drei oder vier Personen Haushalt, bei der Jahresstrombedarf, jetzt bei vier Personen liegt es im Bereich von ungefähr 4.000 Kilowattstunden, bei drei Personen sind wir so bei gut ungefähr 3.000 Kilowattstunden, das ist so die Größenordnung, das ist jetzt so ein Vier-Personen-Haushalt, nehmen wir den mal als Beispiel, und überlegen uns, was bringt uns jetzt das Photovoltaikkraftwerk, denn das ist jetzt ja die Energie, die wir in einem Jahr verbrauchen, jetzt wollen wir uns natürlich etwas genauer angucken, dass das Photovoltaik, die Photovoltaikmodule hier entsprechend die Energie bereitstellen, die wir dann über den Tag verteilt benötigen, das wollen wir uns einmal angucken. Was wir dazu brauchen, ist hier unten das Bild, wie groß ist die solare Einstrahlung in Bezug auf Ausrichtung und Neigung, was man jetzt hier sieht, wenn wir jetzt hier auf der x-Achse, das ist die Ausrichtung, das hier ist Süden, wir haben Norden, Osten und Westen, das heißt, abhängig davon, in welche Richtung die Solarmodule orientiert sind, ändert sich die solare Einstrahlung, die wir einfangen können, und auf der y-Achse, also hoch, haben wir die Inclination, also auf Deutsch die Neigung der Module, das heißt, hier haben wir mal die Neigung, und da sieht man natürlich das Optimum in diesem hellgrünen Bereich, das ist südausgerichtet, hier dieser Bereich, der ist hellgrün, und das bedeutet, dass man dort 110%, oder sogar bis zu 115% aufs Jahr gerechnet, der Strahlung, der solaren Einstrahlung einfängt, im Vergleich zu einer horizontalen Anlage, also hier unten, dieses Beispiel, und das wäre also eine Anlage, die liegt, da liegen die Module wirklich flach auf dem Boden, wenn das 90 Grad bedeutet, die Module stehen senkrecht, das ist also das, was wir mit unserem Balkonkraftwerk haben, das Optimum haben wir bei 30 Grad, das heißt, wenn wir jetzt hier das Modul, entsprechend neigen, im Winkel von 30 Grad, das ist optimal, da sind wir dann hier in diesem Bereich, ich mache das mal in einer anderen Farbe hier, also das ist der optimale Bereich, den wir hier abdecken können, dort haben wir dann also 10 bis zu 15% mehr solare Einstrahlung, als unter, als ein horizontal orientiertes Modul, und mehr solare Einstrahlung heißt automatisch auch, dass man mehr Strom produziert. Wir wollen uns jetzt aber ein Balkonkraftwerk angucken, das heißt, wir landen hier oben im Bereich 60 bis 90 Grad, also unser Beispiel von oben, das sind 90 Grad, wenn wir uns das mehr angucken, selbst nach Süden ausgerichtet, sind wir hier in diesem dunkelblauen Bereich, also irgendwo hier, das heißt also, wir können aufs Jahr gerechnet gar nicht die maximale solare Einstrahlung einfangen, sondern wir verlieren ein bisschen was, und sind so im Bereich hier von, ich sage mal so 80, 75 bis 80%, wir verlieren durch diese Neigung, durch diesen 90 Grad Winkel hier, etwas an solare Einstrahlung, was ja klar ist, dass die Sonne, vorigen Sommer steht sie sehr hoch am Himmel, das führt einfach dazu, dass wir nicht so viel Sonnenlicht direkt einfangen. Im Winter ist es anders, also im Winter steht die Sonne ja deutlich tiefer, das werden wir gleich auch sehen, das ist deutlich sinnvoller. Im Sommer, also das ist jetzt die Wintersonne, mit dessen im Sommer die Sonne ja deutlich höher über dem Horizont steht, da haben wir natürlich keine idealen Bedingungen, weil wenn die solare Einstrahlung dann nicht senkrecht auf das Modul fällt. Das ist aber gar nicht schlimm, wir wollen ja versuchen, diese solare Energie einzufangen und dann in elektrische Energie umzuwandeln mit der Photovoltaikanlage und das jetzt direkt selber nutzen. Da ist das Problem, dass wir dann keine Ertragsoptimierung haben, also maximale Stromproduktion haben, das ist ja gar nicht unser Ziel mit diesen Balkonkraftwerken. Wenn man sich den Stromverbrauch anguckt in einem Haushalt, also hier oben die Geräte, die man so typischerweise hat, und sich anguckt, wie groß ist es jetzt so pro Stunde betrachtet mein Stromverbrauch, dann ist es tatsächlich so, dass wir, ja was ja gerechnet, also eine Leistung haben, P, jetzt gemittelt über eine Stunde, das sind viele Geräte, Kühlschrank, Tiefkühlschrank etc., zwischen, ich sag mal so rund 150 Watt und das Maximum liegt bei 1000 Watt, also das ist gemittelt, über einen langen Zeitraum, in einzelnen Momenten, also wenn wir den Wasserkocher einschalten und gleichzeitig den Staubsauger, dann ist es auch deutlich mehr, Wasserkocher 1000 Watt, Staubsauger 1000 Watt, dann sind wir bei 2000 Watt Leistung, die wir benötigen, das läuft dann für 5 oder 10 Minuten und geht dann wieder weg, auf die Stunde gerechnet, also in einem Stundenintervall, sind wir in dieser Größenordnung, das ist also die Betrachtung, die wir jetzt mal machen, also in einer Stunde. Das ist jetzt so der Vergleichswert, das heißt es gibt so sogenannte Standardlastprofile, also wie ist der Stromverbrauchsverlauf über den Tag eines typischen Haushalts, da gibt es einfach Erfahrungswerte aus den letzten Jahrzehnten, seitdem wir also elektrische Energie in Haushalten nutzen, die Energieversorger haben dann sehr genaue Vorstellungen und das passt für das einzelne Haus, die einzelne Wohnung sicherlich nicht, aber tatsächlich so, wenn man 50 Wohneinheiten hat in einem Stadtteil, in einem Quartier, ist es so, dass diese Standardlastprofile den Verlauf tatsächlich recht gut wiedergeben, damit wollen wir jetzt mal rechnen und uns das angucken und da sehen wir schon, also wenn wir jetzt hier 150 Watt haben, das ist dann typischerweise nachts, wenn dann die elektrische Leistung abfällt und dann tagsüber geht das halt rauf auf 1000 Watt und entsprechend mehr und diesen Bedarf, den wollen wir jetzt decken mit unserem Balkonkraftwerk. Das ist jetzt die Intention, die wir haben. Gucken wir uns das zuerst mal auf monatlicher Basis an, das heißt jetzt hier mit diesen Daten, was wir jetzt hier unten sehen, in dem Diagramm, das ist jetzt in grün, die elektrische Energieproduktion der Photovoltaikanlage, das sind dann halt, im Winter haben wir ein bisschen weniger, dadurch, dass wir natürlich weniger Sonne haben, auch mal schlechte Tage haben und dann ist es, dass wir über den Sommer weitestgehend konstant, dieser Wert, da sind wir so ungefähr bei 60 Kilowattstunden, die wir da im Monat ungefähr produzieren, das ist das, was die Anlagen, was die Anlage so macht, das geht auch rauf bis vielleicht 70 Kilowattstunden jetzt hier in den Sommermonaten und fällt dann halt Oktober, November, Dezember wieder ab. Was wir dann in blau sehen, das ist der Energieverbrauch unserer Wohnung, unseres Hauses, mit den 4000 Kilowattstunden im Jahr, das ist auch da, sehen wir, wir liegen so im Jahr, so zwischen knapp 300 Kilowattstunden im Sommer, da haben wir weniger Bedarf, weil wir weniger Licht brauchen und in den Wintermonaten geht es dann rauf auf 400 Kilowattstunden, da ist jetzt noch keine Wärmepumpe dabei, also um aus elektrischer Energie Wärme zu machen oder auch ein Elektroauto, das geladen wird, dann sieht das noch komplett anders aus, das ist jetzt wirklich ein klassisches Wohngebäude, ein klassisches Haus, ohne Wärmepumpe, sondern mit der Gasheizung, Ölheizung, was auch immer, und entsprechend ohne Elektroauto. Was man jetzt hier noch in orange sieht, das ist jetzt quasi der Eigenverbrauchsanteil, das heißt, also was kann man sich jetzt angucken, ich kann jetzt gucken, wie viel Prozent meines Bedarfs, meines Energiebedarfs, kann ich denn jetzt im Monat eigentlich decken mit meiner Photovoltaikanlage, das ist ja gar nicht so schlecht, da sind wir hier im Bereich im Sommer, tatsächlich bei 25 Prozent, also ein Viertel meines Strombedarfs wird gedeckt durch unser Balkonkraftwerk, das ist natürlich schon super, im Winter klar etwas weniger, wir haben einen hohen Bedarf, niedrige Stromproduktion, da sind wir eher im Bereich unter 10 Prozent, aber im Sommer schaffen wir es tatsächlich auf über, ja, fast 25 Prozent und mehr, und das macht die Sache schon attraktiver, weil wir den Strom nämlich nicht aus dem Stromnetz beziehen müssen, sondern diesen Strom selber produziert haben, der ist auch noch grün, also nachhaltig, klimaneutrale Energieerzeugung, das ist sicherlich ganz gut, übers Jahr gerechnet, wenn man das ganze Jahr betrachtet, dann haben wir so einen Eigenverbrauchsanteil von ungefähr, sagen wir mal 17 Prozent, da denken wir zwischen 15 und 20 Prozent, das ist also der sogenannte Eigenverbrauchsanteil, das heißt also das Verhältnis der Photovoltaikenergie oder die Energie aus dem Balkonkraftwerk bezogen auf die elektrische Energie, die wir verbrauchen, das ist sicherlich schon ganz gut mit diesem kleinen und sehr einfachen Photovoltaikkraftwerk. Wie sieht das jetzt über den Tag verteilt aus? Auch das wollen wir uns mal angucken. Wir haben jetzt zwei Beispiele, nämlich einmal auf der linken Seite sehen wir an dem 21. Januar, an dem Werktag, sonniger Tag, die Stromproduktion aus der Photovoltaikanlage, das sind diese grünen Balken und dann auf der rechten Seite dann für den 22. Juni, also ein Sommertag, das ist jetzt auch noch ein Sonntag, aber auch ein sonniger Tag, hier in grün wieder dargestellt, die Produktion aus der Photovoltaikanlage. In blau, das ist jetzt der Stromverbrauch eines Haushalts, bezogen auf diese 4000 Kilowattstunden, die wir im Jahr verbrauchen, das kann man so verteilen und man sieht jetzt hier pro Stunde, wie groß ist der Energiebedarf in Kilowattstunden. Man sieht halt hier so diesen typischen Verlauf, den man an einem Werktag hat. Nachts bis 6 Uhr passiert wenig, dann geht es um 7 Uhr los, dass dann hier der Energiebedarf steigt, man hat eine kleine Delle, dann die Mittagsspitze, dann geht es am Nachmittag nochmal runter mit dem Strombedarf in einem Haushalt, an dem Werktag, also Motorhausfreitag und dann haben wir die Lastspitze am Abend, also 19 bis 20 Uhr, das ist Beleuchtung, das ist Kochen und dann Fernsehen, Computer etc., was man dann halt noch benutzt. Hier auf der rechten Seite als anderes Beispiel ein typischer Sonntag, der Stromverbrauch am Sonntag sieht etwas anders aus, der Strombedarf ist etwas niedriger, auf dem kriegen wir diese Dellen hier nicht, aber das ist so der typische Verlauf, dass wir so auf 600 Watt rauf gehen oder 600 Wattstunden rauf gehen, dann haben wir noch die Delle am Nachmittag und abends wieder die leichte Spitze, die nach oben geht. Und was man jetzt hier sieht, also sowohl im Januar als auch im Juni, diese grünen Balken liegen immer unter der blauen Kurve, also jetzt in diesem Musterfall, mit diesen Musterverläufen, sehen wir, dass wir tatsächlich zu jeder Stunde, und wir können das mal markieren, selbst hier ist es so, dass wir hier mittags um 12 elektrische Energie produzieren aus unserer Photovoltaikanlage, das sind also 600 Wattstunden oder, wenn Sie da 600 Watt rauskommen aus unserer PV-Anlage, und dass wir diesen Bedarf, den wir dann in diesem Moment haben, zu fast 100% decken können. Das ist perfekt. Auf der rechten Seite sieht es etwas anders aus, da ist die Kurve flacher, woran liegt das? Die Sonne steht höher. Die Sonne geht früher auf, nämlich hier um 6 Uhr, hier geht es erst um 8 Uhr los, und hier geht die Sonne schon um 16 Uhr unter, hier sind wir schon um 20 Uhr. Das heißt, was haben wir jetzt hier? Wir haben einen etwas anderen Verlauf. Und woran liegt das? Wie gesagt, am Sonnenstamm. Wir gehen nochmal hier oben auf dieses Bild, was wir hier gerade hatten. Die Sonne steht einfach höher. Wir haben keine idealen Bedingungen, was die Solare Einstellung angeht, denn idealerweise kommt die Sonne möglichst senkrecht, und das tut sich mehr im Winter als im Sommer. Und was man auch feststellt, obwohl hier gerechnet worden ist, also diese Photovoltaikanlage, hat 800 Watt Peak Leistung der Solarmodule. Also das sind jetzt die PV-Module. Wir haben so zwei Module, die dann parallel geschaltet sind, an den Wechselrichter angeschaltet sind, oder angeschlossen sind. Die schaffen im Winter immerhin 600 Watt, oder jetzt in diesem einen Stundenintervall 600 Wattstunden an elektrische Energieproduktion. Im Sommer sieht das anders aus. Da sind wir deutlich niedriger, weil die Bedingungen nicht so ideal sind. In Summe produziert die Anlage natürlich mehr Strom, weil wir hier einfach diesen Verlauf haben. Wir haben mehr Sonne, die über den ganzen Tag verteilt produziert wird. Aber dennoch sehen wir, und wir haben natürlich im Sommer auch besseres Wetter als im Winter. Das ist jetzt wirklich ein sonniger Tag, aber im Winter haben wir dann auch regnerische oder neblige, wolkenfahrende Tage. Dann sieht die Produktionskurve auch etwas anders aus. Das sind wirklich zwei sonnige Beispieltage, die wir uns hier gerade mal ansehen. Also tatsächlich können wir den Strom selber verbrauchen. Jetzt im Detail jedes einzelne Haus, jede Wohnung, jeder von uns hat einen anderen Stromverbrauchsverlauf. Das ist jetzt hier ein Beispiel, so ein Muster, so ein Musterlastprofil. Hier entsprechend genauso. Aber grundsätzlich ist es so, man kann den Strom, den man selber erzeugt, mit seinem Balkonkraftwerk, auch selber verbrauchen. zu einem, also da fließt kein Strom über den Zähler raus, da war sowieso nicht, aber wir haben auch keinen Überschussstrom, der nicht gebraucht wird. Also diese Zeiten sind relativ kurz. Wenn überhaupt, man kann mal versuchen, alles auszumachen, dann wird der Wechselrichter entsprechend auch runterregeln. Aber es ist so, dass man tatsächlich immer den Strom, den die Photovoltaikanlage produziert, auch selber verbrauchen kann. Und das macht diese Balkonkraftwerke halt, wie gesagt, so attraktiv. Es gibt natürlich noch ein paar formale Dinge zu beachten. Also ein Punkt war natürlich vorhin, wie erwähnt, dass der Stromzähler, den wir hier haben, dass der nicht rückwärtslaufen kann. Also die alten Ferraris-Zähler mit dieser Drehscheibe, die man noch kennt, die könnten theoretisch rückwärtslaufen. Das ist natürlich nicht zulässig. Man muss, wenn man jetzt Mieterin, Mieter ist, in einem Haus, in einer Wohnung, den Vermieter fragen, ob es zulässig ist. Normalerweise sollte das kein Problem sein. Auch bei einer Eigentümergemeinschaft müsste man das mal klären. Dann, die Montage selber ist relativ einfach. Also das kann man mit ein bisschen handwerklichem Geschick, das ist wirklich nicht schwierig, die Module hier einzuhaken, auf einem flachen Dach, also einer Garage zum Beispiel, könnte man das ja auch machen, wenn ich jetzt hier noch irgendwo eine Garage hätte, wo dann mein Auto drin steht. Da könnte ich natürlich diese Module auch montieren. Auch da gibt es entsprechende Befestigungen, dass ich hier dann zwei Module drauflege, ähnlich wie ihr das vielleicht auch vom Camping kennt. Das funktioniert eigentlich auch. Man muss beachten, also, dass man die Module, weil diese Solarzellen in den Modulen schon sehr empfindlich sind, schon sehr vorsichtig behandelt. Also da sollte man nicht mit wild rumpacken, man sollte idealerweise zu zweit sein. denn wenn die Module geknickt werden, zu hartem Schlag bekommen, dann können die Solarzellen brechen, also Mikrorisse bekommen, dann tragen sie nicht mehr zur Stromproduktion bei. Da muss man drauf achten. Das Gleiche ist mit Objekten, die hier in der Umgebung stehen, also Bäume zum Beispiel oder irgendwelche Dachgauben, auch die sollte man, also man sollte die Module so idealerweise montieren, dass möglichst wenig Schatten auf die Solarmodule fällt, um zu verhindern, dass Schatten, dass die Module verschattet werden, weil die bei, selbst wenn kleine Teile des Solarmoduls verschattet werden, wir schon einen sehr signifikanten Einbruch der Stromproduktion haben. Auch das ist wieder technisch bedingt, dass verschattete Solarzellen elektrische Energie verbrauchen und nicht erzeugen. Also auch da drauf achten, dass man also Verschattung vermeidet. Schauen wir das vielleicht mal auf, welche Punkte da wichtig sind. Also einmal haben wir den Stromzähler. Das muss man also beachten. Dann, was haben wir noch? Man muss halt den Vermieter fragen, ob das zulässig ist, entsprechend der Hauseigentümergemeinschaft. Dann bei der Montage, die ist, wie gesagt, nicht schwierig, aber vorsichtiges Hantieren, nenne ich das mal, mit den Modulen, weil die ansonsten Schäden nehmen können und dann defekt kaputt gehen können, die Solarzellen brechen. Man sollte, soweit es geht, Verschattung vermeiden. Auch das ist wichtig, weil, wie gesagt, die Solarmodule sonst einfach signifikant weniger Stromproduktion, selbst wenn nur kleine Teile verschattet sind. Ganz verhindern kann man es nicht, aber wenn man so ein bisschen Spielraum hat an seinem Balkon, wenn man zwei Module nebeneinander posizieren kann oder ein Modul alleine nur haben kann, wenn die Anlage kleiner ist, also dann nur 400 Watt Module und ein 300 Watt Wechselrichter, dass man also dann versucht, das Modul möglichst so zu schieben. Das muss ja nicht symmetrisch sein. Ziel ist es, möglichst viel solare Energie zu gewinnen. Das heißt, hier hat man da so ein bisschen Spiel, wenn man das so ein bisschen sein. Zu empfehlen ist es jetzt auch, ja, also das nennt sich der sogenannte WLAN-Stecker, also eine sichere, ich nenne es mal sichere Steckverbindung. Das ist eigentlich alles abgesichert. Da kann wenig schief gehen, wenn man das einigermaßen, wenn man sich an die Bauanleitung hält. Dennoch ist es zu empfehlen, da diese sogenannten WLAN-Stecker, also entsprechende Sicherheitsstecker zu montieren und sich montieren zu lassen von dem Elektriker. Das ist, denke ich, auch noch ganz gut. Worauf man noch achten muss, ist, man muss halt daran denken, selbst wenn jetzt hier beim Sicherungskasten vom Energiezähler oder Stromzähler, wenn jetzt alle Sicherungen ausfallen, dann ist man ja eigentlich vom Stromnetz getrennt, aus Sicherheitsgründen, dann ist eigentlich alles gut. Aber man darf nicht vergessen, es ist trotzdem, die Solaranlage produziert weiter Strom, tagsüber. Das heißt, also hier sind immer noch dann bis zu 600 Watt Leistung im Stromnetz, auch wenn man den Stecker gezogen hat oder die Sicherung rausgenommen hat, das heißt, wenn man dann an einer Lampe montiert oder sowas, da sollte man schon aufpassen, daran denken, dass man natürlich auch dann hier, die Wechselrichter sind abgesichert, das müssen sie sein, dass sie keinen Strom produzieren, wenn die Wechselrichter und die Balkonkraftwerksanlage vom Netz getrennt ist, dennoch für einen kurzen Moment, sehr, sehr kurzen Moment, kann auch Spannung sein auf dem Wechselrichter, da kann man sich einen Stromschlag holen, also da wirklich vorsichtig sein, dass man sich nicht verletzt, also man sollte schon Respekt haben vor der Anlage, ohne dass man jetzt mit Angst an die Montage geht. Und dann, ganz wichtig, also die Anmeldung beim Netzbetreiber, das gehört auch dazu, dass man dann, das ist nicht der Energieversorger, sondern dann, denke ich, der für Stromnetz verantwortlich ist, dass man dort beim Netzbetreiber die Anlage anmeldet und man muss sie auch noch registrieren bei der Bundesnetzagentur, also Registrierung bei der Bundesnetzagentur, da gibt es eine Webseite, wo man diese Anlage eintragen kann, das ist einfach, also die dazu, dass die Bundesnetzagentur als die verantwortliche Bundesbehörde weiß, wie viel von solchen Photovoltaikraftwerken haben wir eigentlich, das gilt für die großen Freiflächen, für die mittelgroßen Dachanlagen und jetzt tatsächlich auch für die Balkonkraftwerke, das sollte man entsprechend berücksichtigen. Was man jetzt nicht zwingend noch braucht, auch das ist immer so die Idee, ja, ich will doch eigentlich vielleicht sogar noch weiter gehen, ich möchte eine Inselanlage haben, also auch autark, nicht mit Energieversorgung, wenn ich vom Stromnetz getrennt werde, geht technisch auch, ist etwas komplizierter, ist etwas aufwendiger, ich brauche noch eine Batterie. Das ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll, weil die Batterie nochmal entsprechend teuer ist. Es ist auch so, dass wir jetzt gar nicht, also wir haben eine sehr hohe Stromversorgungsgüte in Deutschland, deswegen ist das jetzt gar nicht nötig, dass man jetzt hier noch mit einer Batterie zusätzlich arbeitet, das noch speichert. Diese Anlagen sind aus wirtschaftlicher Sicht auch nicht optimal, da sind diese Dachanlagen sicherlich deutlich attraktiver, aber die kleine Anlage am Wohnungsbalkon, am Hausbalkon, wenn man sonst jetzt keine Anlage aufs Dach montieren kann, ist ideal. Man hat keine Treibhausgasemissionen, weil die Photovoltaikanlage in Betrieb natürlich keine Treibhausgase emittiert und damit hat man einen, seinen kleinen Beitrag zur Energiewende geleistet und wenn wir das deutschlandweit flächendeckend machen, dann ist das schon ein großes Potenzial. Es ist sehr einfach, das ist wirklich auch für technische Laien gut machbar und damit kommen wir der Energiewende einen großen Schritt näher. Wir haben dezentrale Systeme, wir haben die Eigenversorgung, auch das ist attraktiv, das stabilisiert tatsächlich das Stromnetz, das destabilisiert es nicht, sondern wir haben eine Stabilisierung des Stromnetzes und können damit unser Ziel, was wir als Deutschland, Europa, weltweit natürlich haben, unsere Klimaschutzziele erreichen, indem wir also hier einen kleinen, aber wichtigen Beitrag leisten im Zuge der Energiewende. Das ist nicht mehr arbeiten, echten werden. Wir sehen uns nicht mehr Vielen Dank.